Und dann natürlich gerade bei einer solch entscheidenden. Da ärgert es ihn. Der kommt aber aus dem Abseits der Behrens, oder nicht? Ja, eindeutig. Eindeutig aus dem Abseits gekommen, oder nicht? Das hätte ich gerne jetzt nochmal in der Wiederholung gesehen. Amura. Auf jeden Fall, jetzt sehen wir es nochmal. Na, die Wiederholung beginnt leider zu spät. Können wir nicht auflösen. Mein Eindruck war es auch.